Die Produktlinie Ecoline umfasst mehr als 3500 unterschiedliche Teile aus über 45 Produktgruppen. So auch Common Rail Injektor und Hochdruckeinspritzpumpe. Nahezu jedes Bauteil ist hochkomplex und arbeitet mit höchster Präzision. Das gilt nicht nur für MAN Originalteile, sondern gleichermaßen für die zeitwertgerecht aufbereiteten Tauschteile der Produktlinie Ecoline. Die bei der MAN Werksinstand gesetzten Tauschteile unterscheiden sich in puncto Professionalität, Aufbereitungstiefe und Qualität deutlich gegenüber den Teilen aus einer Feldinstandsetzung am freien Aufbereitungsmarkt. Denn bei einer näheren Betrachtung zeigt sich schnell, Aufbereitung ist nicht gleiche Aufbereitung. Die Feldinstandsetzung begnügt sich mit Sichtprüfung und dem Austausch nur weniger Komponenten des Alpteils. Bei der Werksinstandsetzung hingegen wird der Common Rail Injektor zuallererst gereinigt und dann in seine Einzelteile zerlegt. Verschleißteile werden nun ausnahmslos durch neue originale Komponenten ersetzt. Anschließend werden alle wiederverwendbaren Komponenten aufwendig gereinigt, geprüft und vermessen. Nach der Montage erfolgt die finale Prüfung nach Erstausrüstungsspezifikation. Dabei wird sichergestellt, dass das MAN Originalteil Ecoline immer dem technisch neuesten Stand entspricht. Die Qualität und Funktionalität des Werksinstandgesetzten Teils entspricht somit einem MAN Originalteil inklusive der gleichen Gewährleistung. Feldinstandgesetzte Teile, die mit Komponenten unbekannter Herkunft aufbereitet werden, keinem zertifizierten Prozess unterliegen und auch nicht nach MAN Qualitätsstandards getestet werden, können da nicht mithalten. Darum sollten Sie keine Kompromisse eingehen und sich für MAN Originalteile Ecoline entscheiden. Beste Qualität zum besten Preis.